Was geht da, Freunde? Wir sind ja direkt in einem Walking League Let's Play. Ja, gleich im Match. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Weißt du, welche Spieler ihr sehen wollt alles? Oder wollt ihr, dass ich Walking League weiter let's playe? Ja. Wenn es natürlich ankommt, wir werden uns natürlich über 10 Likes richtig freuen. Also, 10 Likes. Das war mein 10 Likes, wenn du so gar nicht konntest. Mann! Was machst du da, was du da machst? Was machst du da? Ich hatte keinen Spiegel. Ein Trott, ich hatte doch selber zuvor. Komm, wir springen. Komm, jetzt werde ich dir alle anleiten, die ich schiebe. Guck, 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 guck. Äh, und sagt, soll ich oder Fabian die Walking League Let's Play zocken? Ich bin besser als Walking League Let's Play. Aber es ist ja mein Kanal. Aber auf deinem Kanal kann man auch. Fahre doch. Ich weiß nicht, wie fehlt man das ist doch. Ja, er zwei. Ach so. Das ist Walking League. Walking League kommt eigentlich gut an bei vielen Let's Play. Also, ich glaube so. Was machst du da? Du hast doch 100 Probe. 30,40 Parts von Walking League sind drin. Ja, aber nicht, wenn du so scheißlich bist. Ach so, der ist einfach mein Fehler. Äh, das hat der Gegner geschrieben. Ich weiß. War mir mein Fehler. Du, was hast denn getan? Ja. 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 Ich weiß. Ach so, ich dachte, du hast einen Tor geklossen. Ja. Aber das geht und passiert. Ich weiß. Ich dachte, du hast einen Tor geklossen. Ja. 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 Ich habe es mein Tor mit Ansagen. Schei. Es war alles so knapp. Aber ich hatte es noch gar nicht gesehen. Mhm. Doch. Was machst du? Jedenfalls pseudo noch wieder hier drückt am Stio. Fabio ist doch scheiße. Ich war wieder drückt! Es ist rückblickend. Wahnsinn. es ist den Ernst Kronen die Kreative folgt sie sind ja doch sie sind mit und wie ein ja nein lieb 10 er wird die Welt 6 als hinten ja wenn ihr ps4 habt klickt uns gerne anfrage entweder tobi der kunde 2 oder olaf wagner oder war nein oder ich habe keine ahnung wie der heißt der fabian kann danach leider irgendwie fabi 08 immer doch sagen wir euch noch nein kleid einfach auf das kann nur das ich glaube das gar kein team das ist das was feilt hallo der anderen Fall auch nicht Fabian du spielst alleine grad der anderen juckt es gar nicht was zu machen machen auch eine scheiße jetzt bin ich dran jetzt bin ich dran also macht es euch mehr Spaß wenn ein guter Rocket League letzt eine gute Rocket League zockt oder ich schlechter oder aber der schlechte die Kanada Adresse bis zu schlecht ich bin richtig klar danach kommt auf jeden Fall eine zweite Runde ja aber du siehst wir mit Tanks aus natürlich Geld wo die wir drin sind ja mit das ist ja so gut sie das ist so gesehen der ob wir sie noch zu der nächste Runde jetzt haben wir gleich das nächste Runde ich bin wach äh wir tun Blaubeintreten auf jeden Fall es ist ja online vielleicht Ohntor es ist ja online was machst du? Anfänger weil so schlecht ist vorher hab ich online gezockt also ich kann online zocken ich hab nicht Schaltverbindungen oder? schreibt wollt ihr ihn lieber offline zocken sehen oder online mach doch Turbo nein für den Tor mit Angst mach doch Turbo und nach dem Spiel ist es auch aus wie er das jetzt play ich will es nicht mehr trotzdem das ist jetzt ein Gegendorf Anfänger aber eigentlich müssen 3 Minuten rein passen 3x5 egal also was macht der? ist wirklich so schlecht so schlecht kann man doch nicht sein was kannst du eigentlich? ich hab die jetzt oh oh die sind guter passt die kriege ich den krieg 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 ich also sagst du Fabian ist die Lappen schreibt alle in die Chat aber was? also sagst du Fabian ist die Lappen äh in die Kommentare ja das ist ein Tor das ist ein Tor warte ich hab dir gesagt zu voll gekackt gib den Ball ruf da nein 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 ja das ist ein Tor gib den Ball ja 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 bist du dumm ja ja äh äh bei Tor doch hey ich bin ja blau und jetzt geht's nein mit zwei Minuten ich bin wie dumm ich bin der macht einfach ein Tor ich dachte äh 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 Tor du gehst nicht bist du dumm Kopf ich hab alle einfach gehen ich fick deine Mutter rau ich fick deine Mutter rau ich fick deine Mutter nein im Kontakt nö da war es nicht lass sie es macht es nicht ich bin natürlich dein Bruder er soll die nicht ficken das durchschnitt für mich also die sind dort inhalt vor ich habe ein kleidproblem ich habe kein problem fabian der abkampf 2-2-2-3-5 ja komm mein Bruder ist behindert, oder? auf Anfänger ist das ja leicht diese Anfänger oder kannst du K da kommt eine gute Beine so wie ich verzockt noch auf 3 bis 1 was sie sagt die Fakten auf jeden Fall und 50 Prozent das heißt nicht mehr er bei Kopfschiff auf 15 Uhr und so nach er war sie für sich seine ausgeliehen mit der Handball alle versuchte sich auch einfach zu sagen ein feiert jetzt ist der erstes mal Watt das ist doch die Ufrau ich bin die Ufrau der Gäste ich bin vorgesehen zu können und ich bin und jetzt sind dann geht es drei ich bin zwölf ich bin zwölf dann bin ich bin dumm im Kopf alt ich weiß ich weiß ich bin da musst du los nach feiern weil es auch nicht mehr alt ist ja jetzt liegt ein Tor bitte das ist das erste mal dass du richtig zockt nur einmal hat kaum gezockt also ist das erste mal so behindert